Mit dem Neubau des Produktionskomplex in Hamburg-Norderstedt bündelt Condair seine vier europäischen Werke in einem zentralen Logistik- und Montagewerk. In einer Bauzeit von nur einem Jahr wurde eine Fläche von über 8.500 Quadratmeter geschaffen. Mit modernsten, multifunktionalen Produktionsstraßen und einem teilautomatischen Lagersystem. Luftbefeuchtung und Verdunstungskühlung in Perfektion. Designed in Switzerland and made in Germany. Untertitelung des ZDF für funk, 2017